Hallo Süße meine Wölfleins. Willkommen zu Dead by Daylight. Ja, ich spiele hier als Nia, weil es die Aufgabe so möchte. Ich muss als Nia einmal entkommen. Ja, das machen wir jetzt doch einfach mal. Und ich klau mir jetzt die Einladung. Einladung. Hört Schlag, aber wo? Okay, weiß ich gerade nicht. Das ist ein Wesker. Aber wo? Oh, da. Nein, 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 nein. Aua. Lass mich. In Frieden. Nope. Ja, hey. Bitte lass mich in Ruhe. Wir werden nicht. Ich muss doch entkommen. Ist der immer noch hinter mir? Oh. Sorry. Sorry. Genau, ich muss als Nia entkommen. So, ich hab jetzt noch mal ganz in Ruhe. Ähm. Oh, das ist ein Riesenterrorad, ne? Der ist irgendwo. Da unten ist gerade eine Palette gebrochen worden. So, jetzt nochmal. Also, ich hab Tanz mit mir dabei. Ja, ich hab Flink dabei, Nebel auf Haaren und Adrenalin. Genau. Das, das, das wollte ich sagen. Natürlich die Palette hier weg. Oh. Gut, egal. So lange er nicht hochkommt. Komm schon, gib mir den Skizcheck. Ich hoffe ja, dass man meinen Ventilator nicht vorhört. Hier. Die Ventilatoren geschmissen. Das ist süß, da komm aufzuhalten hier. Hier hat's gerade. Jetzt wird's meine App aktualisieren. Hat jetzt 32 Grad. In meiner Wohnung hat's 28 Grad. Von daher liegt die Kate. Wir machen hier weiter. Dwight ist auch noch an dem Plan. Rebecca ist auch ein bisschen zu zweit an dem Plan. So, das ist auch gut. So, Rebecca und Dwight. Ich würde's gerne erstmal... Also die Säule ist entweder despawn oder irgendwas. Er hat Pentimento, alles klar. Kate, was machst du da? Der Dwight wird ja... Ja, ich komme... Ich komme... Okay, oder auch nicht. Okay, also Pentimento hat er. Sonst muss man ja noch gar nix machen. Und... Da wurde das weiter erwischt. Der 50-G-Check-Kaufene kriegt. Die ist eine gute 20 Kilometer. Aber ich muss die Infos gehen. Ich muss noch gar nix machen. Der Tiefe ist nicht ganz stark. Ja, aber ich hab' nicht getroffen. Logisch. Was auch sonst... Okay, also das heißt, ich mach' jetzt keine Toten. Das ist weg. Der Terror-Radius ist jetzt halt auch einfach. Ich weiß nie, wo er gerade ist. Jetzt kommt die Kate Flan-Totem-Mech. Wahrscheinlich ist genau das, was er wieder entzündet hat. Jetzt kriege ich keinen Skill-Check. Also ich kriege schon einen Skill-Check, aber ich treffe den auch noch nicht. Ich bin Nebler-Pan. Mensch. Aber die scheinen komplett auf der anderen Seite zu sein. Kein Herzschlag hier. Das ist nur noch passend, dass man nicht alle zählen. Ich weiß gerade nicht, was da oben habe ich denn einstellen gemacht. Der andere war auf der anderen Seite. Aber dann ist das kein Thema. Jetzt habe ich ihn mal getroffen. Ich komme da oben an den Haken. Vor der Bücherei. Jetzt wird mein Herz schlackloser. Wo ist er? Wo ist er? Ja, da ist er. Schade. Der Pop. Oder ist die Kate? Warum ist die Kate auch hier? Dann versuche ich doch mal zu retten, würde ich sagen. Vielleicht. Oder auch nicht. Ja, da ist ein paar Pop dabei. Das ist ein Pop-Pentimento. Also auf jeden Fall einiges. Einiges. Zwei Sachen, um Packs zu verämpfen. Mein Gott, Reden. Mein Hirn ist schon zu flossen. Und Champs zu verlangsamen. So, hier habe ich es. Ich würde gerne wieder den großartigen treffen. Damit ich weiß, wie es sind. Ich habe ein bisschen mehr in der Lage. Ich kann auch an. Ich kann auch an. Gib mir ein Skill-Shack, bitte. Kann auch auf der Gang. Geht mir. Ich bin getroffen. Damit. So. Okay. Ja, ich weiß. Ich bin zuerst dead hier unterwegs. Es tut noch ein bisschen leid. Aber. Ich muss doch entkommen. Ich gehe jetzt auf die andere Seite. Okay. Es wurde gegrabbelt. Okay. Da hat jemand Pentimento zerstört. Oh, ich habe mich so extrem herz. Ich glaube fast, dass der auch auf die andere Seite gegangen ist. Das ist einfach bei Maya. Ich bin nur noch da drüben. Die Chains harten. Harten. Wo ist er? Wo ist er? Oh, na glaube ich. Okay, dann renne ich jetzt rüber. Ich denke mal. Ich denke mal, dass es weiter oben war. Dann schaue ich mal kurz hier. Ja, hier ist auch ein Ten. Ich gehe jetzt hier hin. Ich gehe jetzt hier hin. Jetzt tippeln wir uns auch teilen. Das ist gut. Rebecca ist auch an einem Ten. Dann fängt sie neu an. Das hittet jeder von uns. Okay. Oh. Okay. Dann fängt sie. Oh, Kate. Oh je. Das war's für sie leider. Das war's für sie. Aber da wird Rebecca ziemlich schnell. Vielleicht noch dahinter. Und selbst wenn er zu mir kommt, dann... Okay, da wird Rebecca nicht. Ich werde nur unterbrochen. Da wird auch nur unterbrochen. Ich gehe mal lieber. Aber auch nicht. Okay. Ich verstehe jetzt nicht. Ich habe ein Glas auf, oder? Hä? Okay, das habe ich... Hä? Mann. Nicht getroffen. Ich hätte das gerne um uns groß. Okay, nice. Wuh! Guten Tag. Wow! Ich muss doch entkommen, bitte! Ich muss doch entkommen, bitte! Ich bin ja erschöpft! Ich bin ja erschöpft! Stimmt! Ich habe die Adrenalin vergessen! Dammit! Oh Gott! Oh Gott! Machen die anderen... Machen die kein Tor auf! Leute! Oh shit! Okay, das war dumm! Leute! nicht selber... Ja, da jetzt machen sie den Tor auf! Mensch! Ich hätte die ganze Zeit dein Tor aufmachen können! Mannow! Okay, das Tor ist auf 99, wenn das Pferd aussieht. Ja, natürlich ist er jetzt bei mir. Ach, Mano, ich muss doch in Kommas. Ja, Mensch. Das finde ich jetzt gemein. Wenn wir schwimmen haben, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt, was der wäre. Keine Ahnung. Hier hat ein Spindboot. Oh. Lol. Oh, Falla. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tank für die, Rebecca. Tank, tank, tank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich gehe jetzt. Oh mein Gott. Wann passiert denn das schon mal? Ach du meine Güte. Oh Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Oh mein Gott. Ja, tut mir, ich bin gerade ein bisschen, oh Wahnsinn. Ja, habe ich geschafft, sehr schön. Was hatte der denn eigentlich? Korrupter? Ja, Pentimento, Verblüffnung, okay. Pop, genau, also Verblüffnung, nee, Quatsch. Pop und Pentimento haben wir ja gesehen. Und stimmt, Korrupter, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Stimmt, das war ja auch noch. Na gut, dann hoffe ich mal, dass die Runde euch gefallen hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschaui.